Ja, danke Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Immer mehr Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf besuchen in Berlin die Regelschulen. Das finde ich gut, denn es entspricht den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention. Ein bisschen laut hier. Meine Damen und Herren, könnten Sie bitte etwas leiser sein, etwas aufmerksamer der Rednerin lauschen? Danke. In Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention heißt es dazu, die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem. Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern und in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame, individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld zu gewährleisten, dass die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet und angeboten werden. Der SPD-CDU-Koalition und ihrem Senat ist das offensichtlich egal, denn sie machen die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen von der Kassenlage abhängig. Wie anders soll ich das sonst verstehen, wenn sich in den letzten drei Jahren, wie aus der Antwort des Senats auf meine Anfrage hervorgeht, immer wieder das Verhältnis von Integrationsschülern zu Lehrkräften verschlechtert. Standen für 8.172 Integrationsschülerinnen und und Integrationsschüler der Förderschwerpunkt Gruppe 1 noch 791 Lehrstellen 2010 zur Verfügung. So sind es im laufenden Schuljahr, also nach drei Jahren große Koalition für 9.922 Integrationsschülerinnen und Schüler nur noch 768 Stellen. Bei also 1.750 Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichsten Behinderungen mehr sind das nicht etwa adäquat mehr Lehrkräfte, sondern 23 weniger. Das bedeutet, dass die vorgesehenen Förderungen von 2,5 Stunden pro Schüler in der Grundstufe und von drei Stunden in der Mittel- und Oberstufe überwiegend nicht mehr gewährt werden. Ich rede hier von Kindern und Jugendlichen, die sehbehindert oder schwerhörig sind, die eine Sprach- oder Lernbehinderung haben, die in ihrer körperlichen, motorischen, emotionalen oder sozialen Entwicklung verzögert oder gestört sind. Und hier zeigt sich, dass die Forderung nach jährlich 150 zusätzlichen Stellen für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf, wie sie die Fraktion Die Linke in den Beratungen zum Haushalt 1415 erhoben hat, mehr als berechtigt war. Und als wenn die Verschlechterungen der letzten Jahre nicht schon schlimm genug sind. Es soll im nächsten Schuljahr noch schlimmer werden. Besonders an Regelschulen, die viele Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen integrativ beschulen, stehen dann bis zu drei Lehrkräfte für ihre Förderung weniger zur Verfügung. Das betrifft besonders Gemeinschaftsschulen, in denen der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf laut dem letzten Evaluationsbericht von 4 auf 10 Prozent gestiegen ist. Auch an vielen integrierten Sekundarschulen gibt es das gleiche Problem. Und das dürfen wir hier im Haus nicht zulassen. Jetzt muss das Abgeordnetenhaus, jetzt müssen Senat und Koalition handeln, um eine weitere Verschlechterung der Bedingungen für Kinder mit Behinderung im gemeinsamen Unterricht in der Regelschule abzuwenden. Wie sonst will Berlin Akzeptanz unter Schülerinnen und Schülern, Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen für die inklusive Schule erreichen? Es muss sofort eine Beendigung der jetzigen Sparpolitik zu Lasten von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen geben. Ich fordere hiermit eine Behandlung dieses Antrages in den Ausschüssen und eine Beschlussfassung hier im Plenum noch vor der Sommerpause.